Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei MrBauerGaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit 5 Updates und 13 neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Thorsten und Mark für die Abos. Ganz ganz herzlichen Dank dafür. Wie immer starten wir mit den Updates und das erste Update kommt für den Shondier 959M von North Modding Company. Downloadgröße 18,61 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der ChangeLog sagt, Problem mit Breakforce behoben. Behoben, dass die Strecke schneller lief, als sie sollte. Behoben, dass die Nivellierung nicht funktioniert, vorwärts und rückwärts. Angepasste Radphysik, um sich besser zu verhalten. Der CR600 von Hoffi kriegt das nächste Update. Downloadgröße 5,67 MB jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der ChangeLog sagt, Warning zwecks AI-Error behoben in Zusammenhang mit Patch 1.4.1. Wir kommen zum Oracle TX-130. Dieser kommt von Urla Haldor und NMC T-Bone. Downloadgröße 24,37 MB jetzt in der Version von 1.0.0.6 und ist für PC und Mac. Der ChangeLog sagt, Hinzugefügte Gesamtmischration, Silage und Häckselgut und feste Nummernschild Position. Der Quernerland CLE 430 von TonyMaphewFS kriegt das nächste Update. Downloadgröße 2,92 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der ChangeLog sagt, Farbkonfiguration hinzugefügt, Desk-Version auf 65 verändert. Und wir kommen zum letzten Update und zwar kommt dieses für den einfachen Inspektor von JT Sage, Downloadgröße 27, KB in der Version jetzt von 1.0.1.7 und ist für PC und Mac. Der ChangeLog sagt, zusätzliches Merkmal, individuelle Bestellung pro Zeile, Bugfix, Speicherpfad, der Einstellung war falsch und L10N, KPH gegen KP-H. Wir kommen zu der ersten neuen Mod und zwar heißt diese Lizard LT679 kurzer Holzanhänger von FSG Modding. Downloadgröße 3,82 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser kurzer Holzanhänger mit einem Gewicht von 4,4 Tonnen, kostet 15.000 Euro und kann verändert werden. Hier die Höhe der Anhängevorrichtung gerade Hals, die Falskupplung, Schwanenhalskupplung, das ist schön, dann kann man den mit dem Sintrack benutzen, da er jetzt eine Schwanenhalsnutzung hat. Und zurück zum geraden Hals. Die Reifenhersteller kann gewählt werden zwischen Michelin BKT, Nokian, Redestein und Träderborg. Die Kotflügel können entfernt werden. Die hintere Anhängevorrichtung kann auch entfernt werden. Dann gibt es hier einen Werkzeugkasten, der kann auch verschwinden, fast gewünscht. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser großen Farbpalette hier und betrifft den Rahmen. Die Designfarbe betrifft natürlich die Rungen und kann hier gewählt werden. Und die Felgenfarbe kann aus derselben Farbpalette aus gewählt werden. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod. Und zwar heißt diese 30 Fuß Tieflader kommt von MacTracker 921 Downloadgröße 14,94 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Anhänger erstmal mit einem Gewicht von 4,8 Tonnen und kostet 15.000 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden vom Flachbett zu Kipperaufbaustandard. Der hat dann ein Ladevolumen von 34,7 Kubikmeter. Dann gibt es die Kippaufbauverlängerung. Das ist dann ein Ladevolumen von 41,4 Kubikmeter. Dann gibt es die Protokollgabeln, also für den Fass und zurück zum Flachbett. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Lizard, Nokian und Träderborg. Die Rampen hinten können entfernt werden, ja oder nein. Deck-Typ ist Stahldeck, Holzdeck und zurück. Kupplungskonfigurationen. Hier gibt es flache Rahmen, flache Rahmen mit Heckkraftheber. Dann wird hier noch eine weitere Kupplung angefügt. Dann gibt es den Schwanenhalsrahmen. Den gibt es auch mit Heckkraftheber. Und zurück zum flachen Rahmen. Die Rahmenfarbe kann gewählt werden aus dieser enorm großen Farbpalette. Und die ist sehr typisch für MacTrucker 921 und sehr ähnlich der Farbpalette von HL Forst und Fahrzeugbau. Das betrifft natürlich auch den Rahmen. Dann gibt es die Körperfarbe. Das ist diese hier. Wird natürlich nicht angezeigt, wenn man keinen Kipperaufbau drauf hat. Da gibt es noch die Abdeckungsfarbe. Das ist natürlich auch nur verfügbar, wenn man die Kipperfunktion hat. Und dann ist das diese hier. Und da gibt es noch Farbe des Stahldecks. Und zwar kann diese hier so gewählt werden, wie die normale Palette ist. Und betrifft hier diesen Bereich hier. Und die Felgenfarbe spricht für sich. Ist natürlich die Felgen. Zusätzlich zu dieser Mod kommt auch noch eine zweite Mod von MacTrucker 921. Und zwar heißt diese 30 Fuß Flachbett Anhänger mit Selbstladefunktion. Downloadgröße 18,56 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Vom Prinzip her ist das dasselbe, was wir gerade eben gesehen haben. Nur sind das hier natürlich Autoload. Und zwar vor allem konfiguriert für die Ballen- oder Palettenfunktion. Dieser hier kommt mit einem Gewicht von 4,9 Tonnen. Hat eine Länge von 18 oder Arbeitsbreite von 18 Meter. Das heißt wahrscheinlich der Lesebereich für Ballen. 24 kmh ist die Arbeitsgeschwindigkeit und nimmt Ballen auf. Hier in diesem Falle hier von 120 Zentimeter in der quadratischen Form. Preis 15.500 Euro. Körperkonfiguration kann ausgewählt werden. Flachbett. Kleine Quaderballen automatisch laden. Paletten automatisch laden. Kipperaufbau Standard, das ist dann dasselbe Ladevolumen wie das, was wir vorher schon gesehen haben. Die Körperbauverlängerung ist auch identisch zu dem, was wir schon gesehen haben. Die Protokollgabel natürlich ebenso. Dann gibt es hier noch den Flüssigkeitstank. Der hat dann ein Ladevolumen von 37.800 Liter. Dann kann man noch den Güllenverteiler hinten anschließen. Dann hat er auch eine Arbeitsbreite oder Spreuweite von wahrscheinlich 18 Metern. Und zurück zu der Flachbett-Version. Die Reifenhersteller und so weiter ist alles identisch, was wir schon gesehen haben. Die Kupplungsoptionen haben wir auch schon gesehen. Die Coverkonfiguration haben wir natürlich auch schon gesehen gehabt in der vorhergehenden Version. Die Farbpalette ist natürlich die dieselbe Palette, die überall verwendet wird, wenn es um den Mac Tracker 921 geht. Diese hier auch. Die Abdeckungsfarbe kann auch gewählt werden. Die Farbe der Tankverkleidung kann ebenfalls verändert werden. Das ist dann, wenn ein Tank aufgelegt ist. Das ist diese hier. Und natürlich die Felgenfarbe ist, na klar, die Felge. Diesen selben Anhänger gibt es dann auch noch für die Quaderballen. Und zwar mit den Maßen zwischen 1,80 Meter und 2,40 Meter. Dasselbe gibt es dann auch für die Rundballen von 1,25 Meter bis 1,80 Meter. Dann gibt es denselben auch noch für die quadratischen Baumwollballen. Und eine Separaten auch noch für die Rundballen, was Baumwolle betrifft. Wir kommen zum Lizard HB T2. Dieser kommt von DavidMTNZ. AM Modding Downloadgröße 8,38 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Kipper-Anhänger mit einem Ladevolumen von 24,3 Kubikmeter, wiegt 5 Tonnen. Maximales Zuladegewicht ist 15,5 Tonnen und kostet 25.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT Friedestein und Trillerborg. Beim Design kann hinzugefraut werden hier einen Staukasten, einen Wassertank oder beides zusammen. Design gibt es keine Aufkleber, dann Aufkleber 1,2,3 und zurück. Schön zu sehen, dass dieser Anhänger auch Trauben annimmt. Somit kann man diesen Anhänger für jegliches Schüttgut verwenden. Wir kommen zum Garford Robocrop. Dieser kommt von Universal Modeling Downloadgröße 17,59 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Hacke in drei verschiedenen Ausführungen. Einmal für Mais, einmal für Sonnenblumen und einmal für Zuckerrüben. Das Einzige, was sich hier erstmal ändert, ist mal das Gewicht. Das ist von einer Tonne 300 zu einer Tonne 500. Ich sage mal, wir gehen mal mit diesem hier. Dieser kommt mit einem Gewicht, wie schon gesagt, von 1,5 Tonnen, braucht 90 PS, hat eine Arbeitsbreite von 6 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 12 kmh und kostet 23.200 Euro. Die seltenen Daten gelten auch für die beiden anderen Exemplare. Wir kommen zum Mac Pinnacle 64 R. Der kommt vom ARM Team Downloadgröße 11,6 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Lastwagen erstmal mit einer Leistung von 425 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 886 Litern. 80 kmh ist die Maximalgeschwindigkeit. Das Ladevolumen liegt bei 22 Kubikmetern und kostet 157.000 Euro. Das Design kann hier geändert werden und zwar von keiner Leiter zu Mitleiter. Anhängerkupplung Standard kann auch noch geändert werden mit einer zusätzlichen Kupplung hinten. Dann gibt es die Motorenausführungen der Pinnacle 6x4 MP7 mit 425 PS, den MP8 mit 455 PS und auch noch einmal den MP8 mit 505 PS. Die Reifenvarianten kann ich einmal durchgehen, einmal Breitreifen und einmal Standard. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und betrifft natürlich die Fahrerkabine. Die Designfarbe kann gewählt werden aus derselben Fahrpalette und betrifft den Kipperaufbau. Und die Felgenfarbe spricht für sich, ist natürlich die Felge. Wir kommen zum AW362 Capover. Dieser kommt von Adams Kong. Downloadgröße 21,2 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser LKW in drei verschiedenen Ausführungen. Wir starten mal mit dem 362 Capover DD60. Dieser kommt mit einer standardmäßigen Leistung von 330 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 400 Litern. Maximalgeschwindigkeit liegt bei 95 kmh, wiegt 8,8 Tonnen und kostet 30.000 Euro. Das ist ja günstiger als jeder PKW. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Trailerbock und Continental. Winterweißer und Streifen gibt es hier verschiedenste Optionen, und zwar zwischen Option 1 und 5. Die Stoßstangen gibt es auch in verschiedenen Versionen, einmal von Design 1 bis zu Design 9. Da kann ich mal kurz durchklicken. Dann gibt es dasselbe bei der Sonnenblende. Da gibt es Design 1 bis zu Design 12. Da gibt es verschiedene Färbungen und auch verschiedene Farmen. Codeflügel gibt es auch verschiedene Möglichkeiten und glaube ich, auch hier sind es 12 Optionen. Kann man einfach schön mal durchspielen. Auspuff gibt es auch hier, 13 verschiedene Versionen. Da gehe ich jetzt einfach nur kurz mal alle durchklickt. Und dann gibt es bei der Motorenausführung, gibt es hier die 330 PS Version mit 11 Gängen. Dann gibt es dasselbe mit 13 Gängen, 15 Gängen und 18 Gang Getriebe. Dann gibt es die 350 PS Version, die gibt es auch mit denselben Abstufungen zwischen 11 und 18 Gängen. Dann gibt es noch die 375 PS Version, die hat dann auch dieselben Optionen zwischen 11 und 18 Gängen. Zusätzlich dazu haben wir noch die 400 PS Version, auch hier wieder alle Optionen bezüglich der Gangschaltung. Dann gibt es noch die 430 PS Version und auch hier gibt es alle Möglichkeiten. Und dann geht es zurück. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser groß erweiterten Standardpalette und betrifft natürlich die Fahrerhauskabine. Die Designfarbe kann geändert werden und betrifft etwas, was ich nicht herausgefunden habe, wo sich was verändert. Die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Chrom, Grau, Weiß und Schwarz. Dann haben wir die zweite Version, das ist der Cup Over Dog. Dieser kommt mit einer standardmäßigen Leistung von 425 PS. Alles andere bleibt identisch. Der Preis liegt ebenfalls bei 30.000 Euro. Hier gibt es die 3-Achs Version. Das ist diese hier. Dann gibt es auch hier verschiedene Reifenhersteller. Und das ist dann soweit alles dazu. Wir kommen zu der Leistungsmerkmal oder der Motorenausführung. Gibt es wie gesagt die 425 PS Version. Und auch hier gibt es die Möglichkeit zwischen 11 und 18 Gänge zu wählen. Dann gibt es die 581 PS Version und auch hier mit allen Optionen. Und dann geht es zurück. Die Hauptfarbe und die anderen Farboptionen haben wir ja schon gesehen. Dann gibt es noch den 8V92er. Und zwar kommt diese mit der Leistung von 1800 PS. Hat 18 Gänge und wird manuell geschaltet natürlich. Alles andere bleibt auch identisch. Auch hier gibt es dieselben Konfigurationsmöglichkeiten. Und hierzu gibt es keine weiteren Motorenoptionen. Wir kommen zum Liebherr 622 Raupenlader Pack. Dieses kommt von Plugsheep Modding Downloadgröße 19,02 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Raupenlader mit verschiedenen Anbauteilen. Wir starten natürlich mit dem Raupenlader. Der kommt mit einer Leistung von 275 PS. Wird stufenlos geschaltet. Hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 80 Litern. 20 kmh ist die Maximalgeschwindigkeit und kostet 58.000 Euro. Hier gibt es die Forst-Version, ja oder nein. Und das Warn-Dreieck kann natürlich hinzugebaut werden, ja oder nein. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier. Und die Fergenfarbe natürlich ebenso. Dazu kommt eine Universal-Schaufel mit einem Volumen von 3.500 Litern. Wiegt 300 Kilo und kostet 3.000 Euro. Das Design hier kann mit Zähnen oder ohne gewählt werden. Die Silagegabel kommt mit einem Volumen von 2.500 Litern. Wiegt ebenfalls 300 Kilo und kostet 2.900 Euro. Des Weiteren haben wir hier eine Gabelzange. Und zwar kann die verwendet werden, um Holzstämme zu transportieren. Diese kommt mit einem Volumen von 2.500 Liter und wiegt 600 Kilo. Der Preis 3.600 Euro. Dann gibt es den Forstmulcher, den M422. Dieser kommt mit einem Gewicht von 300 Kilo, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 6 kmh und kostet 6.500 Euro. Auch hier gibt es eine Forst- oder Nicht-Forst-Version. Dann haben wir noch ein Zubaugewicht. Und zwar kommt dies mit 3 Tonnen Gewicht und kostet 1.500 Euro. Und zu guter Letzt haben wir hier noch einen Pflug. Der hat dann ein Gewicht von 925 Kilo. Braucht 100 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 12 kmh und kostet 4.500 Euro. Wir kommen zu dem nächsten neuen Mod. Und zwar heißt diese Maschinenhalle 28x11. Diese kommt von 750 Ti Modding Michael LS. Downloadgröße 9,55 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Zu finden natürlich im Baumenü unter Gebäude und Hallen ist diese Halle hier. Kostenpunkt zum Platzieren 35.000 Euro. Unterhalt pro Tag 30 Euro. Ist diese Halle hier, gibt es nicht viel dazu zu sagen. Die Textur ist sehr schön. Sehr, sehr gut gemacht. Lichtoption sehe ich hier keine, auch wenn hier eine Lampe verbaut ist. Es gibt hier also keinen Lichtschalter, den ich jetzt hier so schnell finden würde. Das heißt auch, ah hier ist er, doch da ist er. Da kann man das Licht einmachen und wieder aus. Das muss man aber gut wissen hier, ne? Alles gut. Wir kommen zu den Unterflur Gülle Tanks. Diese kommen von Mantrid Downloadgröße 2,62 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Im Baumenü natürlich zu finden unter Silos. Und zwar gibt es den eingelassenen Gülle Tank mit einem Volumen von 500.000 Litern plus ca. 4.000 Euro für die Bau- oder Erdarbeiten. Zum Zweiten gibt es natürlich dann den tief in den Boden eingelassenen Gülle Tank. Dieser kommt mit einem Volumen von 2 Millionen Liter und kostet 130.000 Euro. Wenn wen die grüne Beleuchtung hier stört, der kann hier hingehen, kann dies zu einer weißen Beleuchtung auswählen. Oder man kann auf dieser Seite die Beleuchtung komplett ausschalten. Und das gilt natürlich für beide. Hier kann ich die Beleuchtung ausschalten und hier kann ich die Beleuchtungsfarbe ändern. Wir kommen zum Split Rail Holzzaun und Tore. Diese kommen von MagTrucker 921. Downloadgröße 1,81 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Zäune und Dekoration. Ist dieser Zaun hier. Gibt es diese Elemente. Dann gibt es das ein kleinere Tor. Und dann gibt es noch das größere Tor. Kostenpunkt zum Platzieren zwischen 150 und 400 Euro. Und wir kommen zu der letzten neuen Mod. Und zwar heißt diese Verpackungsanlage. Kommt von Cookie Cat. Downloadgröße 39,18 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Zu finden im Baumenü unter Produktion und Fabriken. Da gibt es sieben verschiedene Fabriken. Und zwar zum einen den Schreiner. Das ist dieser hier. Kostenpunkt zum Platzieren 60.000 Euro. Und hier wird produziert Möbel, Hackschnitzel und Pellets. Dann gibt es die Molkerei. Das ist diese hier. Kostenpunkt zum Platzieren 70.000 Euro. Und hier wird produziert Butter, Käse, Schokolade und Sojamilch. Lagerungskapazität ist bei allen 2 Millionen Liter. Die nächste Fabrik, die hinzukommt, ist die Getreidemühle. Das ist diese hier. Die funktioniert ganz normal. Hier wird hergestellt Mehl aus Hirse, Weizen, Hafer und Gerste. Dann haben wir die Uatis-Fabrik. Kostenpunkt zum Platzieren 90.000 Euro. Und produziert Möseli, Ketchup, Salat und Chips. Lagerung auch 2 Millionen Euro. Dann kommen wir zu der eigentlichen Verpackungsanlage. Und zwar zum Preis von 300.000 Euro. Und zwar werden hier produziert Lebensmittel, Gegenstände, Flüssigkeit und Reputation. Querstrich Ruf. Lagerung auch hier 2 Millionen Liter. Als nächstes haben wir die Spinnerei. Hier wird ganz herkömmlich hergestellt. Stoff und zwar aus den beiden Zutaten. Dann haben wir noch die Zuckermühle. Und zwar ist das diese hier. Kostenpunkt zum Platzieren 80.000 Euro. Produziert Zucker und Sirup. Dann gibt es noch eine Verkaufsstation. Das ist diese hier. 100 Euro zum Platzieren. Und verkauft alles, was im Spiel verkauft werden kann. In diesem Falle hier wird in dieser Produktion, die da heißt Verpackungsanlage, werden die Lebensmittel, werden die Produkte aus den Produktionen, die Lebensmittel darstellen, zu Lebensmittel verarbeitet. Also quasi eine Kategorie daraus erstellt. Bei den Objekten wird natürlich aus Kleider, Kalettes und Möbel werden natürlich Objekte erstellt. Und bei Flüssigkeiten ist es klar, dass man aus Öl, außer in diesem Falle hier jetzt wahrscheinlich Rapsöl, Sirup und Sojamilch dann entsprechend Flüssigkeiten herstellt. Und auf Ruf oder Reputation kommt es darauf an, dass man alle drei dieser Kategorien dann weiterverkauft, erhöht den Ruf. Wichtig, um Reputation zu erzeugen, müssen Sie Nahrungsmittel, Objekte, Flüssigkeiten auf Verteilung setzen. Das ist eine Mod, die muss man sich im Detail dann auch genau angucken. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Das war es denn auch schon wieder von den Mods von heute. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Möchtest du keine weiteren Videos zu den Mods und auch keine anderen Inhalte oder weiteren Inhalte auf diesem Kanal verpassen, dann hol dir doch gerne dein kostenfreies Abo ab. Teile das Video mit all deinen Freunden, die du kennst, die auch LS zocken. Denn wir brauchen noch gute 100 Abos, um dann den Antrag stellen zu können, Giants Partner zu werden. Ich hoffe, dass wir das sehr, sehr schnell schaffen werden. In dem Sinne bleibt mir nichts anderes zu sagen, als ich bedanke mich nochmal ganz herzlich und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, danke, tschüss und hasta luego.